meine fresse ja auch was hier das war doch ein mensch gerade eben das hört sich nach zug an sehr gut dann haben wir wieder sachen zum einsammeln ja geil das ist natürlich praktisch so ein springer hier okay also ich werde wahrscheinlich auch nicht alle von diesen komischen blauen scheiben da finden aber wenn ich welche finde kann man sich ja die akten die man dafür findet man durchlesen na du brennst ja ja jawoll hast du mich gerade bespissen du arsch ja hat schon manchmal klappt das aber nicht immer ich treffe ja öfter mal den kopf aber sie sind nicht immer sofort oder wäre jetzt ein zug geil oder war ich würde gerade sagen geht sie dabei drauf geil drauf gehen sie leider nicht habe ich noch so er habe ich noch hier ja danke ich merke nix dankeschön ja hoch wird die ja das hatte ich vor so verreckt man wird oh ich muss tabellen 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 fressen bist du tot ok ist tot so schade ich dachte ich hätte ein bisschen mehr kriegen können kann ich mal eben noch ein paar sachen ab das kann man nur direkt wegschmeißen ok und das ist der fernste spreng jetzt ja ich warte noch mal ich kann die kann ich ja nunfalls immer noch nehmen möchte das gerne auch ein rotes kraut oder so haben ich möchte ich dann so ein bisschen die pillen verstärken kann ich weiß ja nicht wie oft man aber sowas findet super rutschpartie was versteckt dann mal runter was rutscht gar nicht ist das eine treppe das ist eine treppe das sah aus wie eine rutsche oh du hast eine kiste genau im richtigen moment ich hab ok wollte eigentlich gerade ach da liegt ja einer noch einer das habe ich alles nicht gesehen aber drauf gekloppt noch einer becke nö sehr schön geht doch schon wieder ein bisschen ja dann mal rein dann so was haben wir hier ach guck mal da den haben wir gesehen ich weiß nicht ob es in jedem Bereich vielleicht eine so eine Scheibe gibt ich hab keine Ahnung kann ich da rum da kann ich sogar rum ist das nur Strom ja das ist nur Strom hier liegt nichts weiter das sollte auf jeden Fall nicht durchgehen denke ich ja gut dann müssen wir mal gucken was hier noch so kommt es könnte sein dass ihr da wieder einen Zug durchfährt und sollte ich mich schnell wieder an die schon geil gemacht kein Zug ich renne mal durch kann man zukommen bitte ich kann ja wirklich ich konnte warum durfte ich nicht hallo ich hatte das war jetzt irgendwie gerade doof ich hatte keine Möglichkeit mich an der Wand zu lehnen hätte ich links lang gemusst kann ich mich vielleicht nur an der linken Seite lang tasten oder wie habe ich den jetzt achten muss ich nochmal machen gut dann gehe ich halt links rum vielleicht kann ich mich nur an dieser Seite tarnen wo das irgendwie komisch ist aber ja ja gut der fuhr ja auf der rechten Seite das heißt ich dürfte ja eigentlich hier lang latschen gucken wir mal was für ein scheiß ich hoffe einfach mal dass hier der Zug nicht kommt und dass ich gleich ordentlich einsammeln kann Achtung Entzug Ah weggeheber weiter der hält sogar an okay ich hätte einfach nur auf der anderen Seite stehen müssen vielleicht kann ich da hinten rein oh gucken wir gleich mal ist hier noch was kommen die eigentlich noch ganz hinterher gerannt kommen sie deswegen sollten wir uns beeilen kann ich da rein naja da okay geht nicht oben oben ja 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 so hier musst du hoch ach da ich hätte doch von der seite wäre es doch wesentlich einfacher gewesen aber das höher dass du mich jetzt rein danke bestimmt zombies drin weiß nicht wie darauf kommen die sehen noch recht lebendig aus wenn sie mir was geben die zombies ist ja okay ich darf die aber nicht vor die müssen halt erst wach sein damit ich sie abschießen kann das ist wie hohl was macht er denn da geil ach komm ich glaube wir lassen die mal ja was tun lassen sich aber zeit hier okay das war ein relativ simpler waggon und ich sehe gerade der part ist bald zu ende die erste auf die erste halbe aufnahme session wenn man so will ich denke mal den zug werden wir noch eben schaffen bisschen zeit ist ja auch noch aber wir sind schon durch ok aber du mal nach hinten das ist glaube ich ganz gut du stehst doch mit sicherheit auf hi hier was ja ich glaube ich gehe raus so ist hier noch was an der ecke hat die stoffen Die spawnen wahrscheinlich jetzt immer nach, deswegen gehen wir mal weiter. Ah, ich habe keine Pillen mehr, ne? Ne, das will ich eigentlich nicht. Kommt schon wieder einer. Ähm, ich müsste mal einen davon in Tablettenformen, obwohl, kombinieren wir das mal mit einem und den packen wir jetzt in Tabletten. Genau. Und dann, achso, ich habe automatisch, ach, guckt mal an, der regeneriert sich sogar selbst ein Stück. Ah, das ist natürlich cool. Das ist natürlich sehr geil. Dritten ist das Ziel. Ich verpasse die Kisten immer total. Diese vergezündeten Sprengsätze, die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich glaube, die werde ich mal für größere Gegner oder so nehmen. Sehr gut, Patronen. Was ist das? Ach, kann ich wieder drüber rutschen, wenn ich will. Da ist ein Knopf. Tall Oaks, genau. Die Kapelle von Tall Oaks, hat sie gesagt, ne? Oh, oh nein. Das hört sich nicht gut an. Hey, hey, machen Sie die Tür auf! Schnell! Ich muss Peter reißen, bitte! Ich dachte, ich muss pinkeln, da habe ich das gedacht. Ah, das war ganz clever, Mädel. Ist hinter uns auch noch was? Naja, aktuell nicht. Die spucken irgendeine Scheiße, ne? Ach, komm her, hier. Schnapp, wo zwar einzelne Idioten. So. Immer noch nicht. Hallo! Träckst du irgendwann mal? So. Ihhh. 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 Das ist aber auch kacke. Ich lasse die doch mal da leben, oder? Die sind sehr hartnäckig. Ach, du Scheiße. Ich hatte eine Flasche, weiß ich. Sehr gut. Habe ich anscheinend, ich habe anscheinend immer zehn Schuss, ne? Wie das aussieht. Okay. Auch mit. Ich habe anscheinend immer zehn Schuss Patronen hier. Äh. Patronen. Ja doch. Ja, Pistolenmunition, wollte ich sagen. Sie haben es geschafft. Von da aus erreichen Sie die Straße. Wie sieht die Lage da oben aus? Ziemlich schlecht. Hölle auf Erden ist keine Übertreibung. Na toll. Gut. Aber diese Hölle auf Erden werden wir uns dann, glaube ich, erst im nächsten Part angucken. Oder wir machen mal einen kleinen Blick nach draußen noch. Gucken wir mal kurz nach draußen. Wahrscheinlich keine gute Idee. Jetzt kommt erstmal eine Cutscene. Das wäre ein ganz guter Ruhe im Moment gewesen, ne? Egal. Jetzt gucken wir doch mal kurz. Fähigkeitspunkte. Ach, die kann man nutzen, Fähigkeiten zu kaufen. Aha. Okay. Ich weiß bloß nicht, wann das ist. Mal gucken, wann man das machen kann. Und ob Ihnen das noch was bringt dann. Ah, okay. Jetzt sind wir doch noch wieder hier. Auf jeden Fall haben wir anscheinend ein Kapitel jetzt wieder geschafft. Kann man die auch kaputt machen? Die Autoreifen? Nö. Sie müssen durch diesen Teil der Stadt, um zur Kathedrale zu kommen. Bleiben Sie auch im Tag, falls Sie Probleme bekommen. Oh Gott. Oh. Hi. So. Ah, da hinten müssen wir hin. Da versuche ich doch eben hinzukommen. durchhalten, ich helfe Ihnen. Helena? Es wäre schön, wenn du irgendwie noch mal mithilfen konntest. Aber sie kommt langsam näher, ja. Mein Gott. Ist Hammer so da. Natürlich. Ah. So, wir müssen hier irgendwie was tun, ne? Richtig. Ich muss jetzt aus dieser Situation mal eben raus hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Geh bloß weg. So. Also hiernach werden wir auf jeden Fall den Part beenden. Hi. Das war geil. Das war geil. Pass auf, dass der neben uns nicht aufsteht. Puh. Bekannt. Darf ich nicht lang? Oh Gott. Hi. Guten Appetit. Ja, ich bin mal über die Leiche gestolpert. So ein Scheiß. Ich muss aber hoch. Oh. Wo kommt der denn her? Hab ich gar nicht gesehen. Herr, da sieh zu. Wir müssen hier was wegschieben. Bewegt dein Arsch. Okay. Ui. Das, den Container haben die mit zwei Mann geschoben. Jo. Ich möchte ja weiter. Hä? Ach, da muss ich hoch. Okay. Alles klar. Ach, das bist, ach, das bist du. Entschuldigung. Da, da? Ach, ich würde ja ganz gern mal eben Pause machen, aber ich glaube, das wird keine gute Idee. Da gehen wir wohl nicht lang. Helena. Hinter mir ist was. Nein, ich hab nichts mehr. Wohin? Da lang. Tür. Helena. Voll angenervt. Kontrollpunkt. Es ist auf jeden Fall sicherer für Sie als draußen. Vielleicht können wir sogar kurz verschnaufen. Ich hab gesagt, wir müssen uns beeilen. Okay. Nee. Also kurz verschnaufen ist das Stichpunkt. Oh, warte mal. Wir haben ja noch was hier. Halt. Da. Äh, nein. Das sollst du... Wie kann man das nicht nehmen? Das kann man nur kombinieren. Beenden. Zurück bestätigen. Erste Hilfe-Spray. Kann ich nur in Müll schmeißen. Ich kann es nicht nehmen anscheinend. Aha. Na gut. Ja, meine lieben Freunde. Dann, ähm, hoffe ich mal, dass wir im nächsten Part weiter vorankommen. Ich find's ja ganz cool, muss ich sagen. Und ich bin ja auch neugierig, was sie uns in der Kapelle endlich erzählen wird. Ja, warten wir's ab. Bis zum nächsten Part. Euer Alex sagt tschau. Ja. Ja.